Willkommen zurück und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um persönlich zu wachsen. Kennst du möglicherweise eines der folgenden zwei Probleme? Problem Nummer 1. Du und dein Team, ihr schafft es möglicherweise gar nicht erst, neue Kontakte für dich und dein Business zu generieren. Oder Problem Nummer 2. Ihr habt vielleicht genug Kontakte, um euer Business auf das nächste Level zu heben, aber schafft es nicht, zählbare Ergebnisse zu produzieren. In unserem 5 Needs Programm ist der erste Schritt der First Contact. Das heißt, wir wollen es schaffen, dass du mehr Kontakte für dich und dein Business bekommst und dass du es schaffst, aus diesen neu generierten Kontakten wirklich zahlende Kundschaft zu bekommen. Also, klicke jetzt hier unten auf den Link und wir zeigen dir, wie du das Maximum aus deinen Erstkontakten holst.